Ja, ihr Lieben, die nächste Programmvorschau erneut Huttel mit der Firma in der Firma. Ihr seht es ja hier nochmal ganz klar, die Stadt Landau, wie auch die Bundesrepublik Deutschland, jeweils Firmen sind. Also hier habe ich jetzt Huttel mit der Firma in der Firma. Das ist ja jetzt hier auch kein Fake von mir. Ja, und genau, das sollte jetzt das Hauptaugenmerk sein. Ich bin aber heute auch noch auf ein paar Punkte gestoßen, die ich auch für erwähnenswert halte. Von daher geht es jetzt auch wieder eine knappe Stunde lang. Könnt ihr dann schauen bei VK, Bitschut, Odyssee und Rumble. Wenn es dann mal wieder nach x Stunden hochgeladen ist, vielleicht noch heute vor 12, vielleicht aber auch erst um 2, 3 oder auch erst morgen. Ihr wisst ja die Problematik im Moment, dass das hier alles sehr lahmarschig läuft, vielleicht auch extra gedrosselt wird. Ich habe keine Ahnung und dann vielleicht bis gleich. Tschüss.